Was denkt ihr, warum ich gehofft habe, dass England Europameister wird? Italien, weil sie es verdient haben nach all den Niederlagen? Italien hat es wahrscheinlich rein sportlich echt verdient, weil sie die beste Mannschaft waren. Gestern, gestern, gestern kann ich nicht hoffen, dass Deutschland Europameister oder Deutschland schon lange raus ist. England, weil die besser mit Muslimen umgehen als Deutschland. Weil England Leute nicht gut sind. Ich habe, sagst du, England ist das Land, was für die Muslime in Europa mit Abstand, mit Abstand am meisten Toleranz aufbringt. Mit Abstand. Ganz klar und deutlich. Und deswegen habe ich gehofft, dass England Europameister wird. In keinem Land gibt es so viel Toleranz und so viel, so viel Rechte für Muslime wie in England. Es ist nicht zu vergleichen mit Deutschland, Frankreich, Italien und den ganzen anderen Ländern in Europa. England ist mit Abstand das islamischste Land in Europa. Wenn nicht sogar das islamischste nicht-muslimische Land in der Welt. Ganz klar und deutlich. Ganz klar und deutlich. Ganz klar und deutlich. Ganz klar und deutlich.